hier ist von hier oben sterben ganz einfach diese seh ich euch nicht mehr das ist ja fies nur einfach weggeklipst wurden was ist jetzt was hab ich jetzt gemacht hab ich jetzt verloren was ist das jetzt hier toll ich kann ja Franklaus gucken das wollte ich natürlich jetzt nicht oh man selbst hier oben wird man beschossen Problem ist von hier oben sehe ich keine Sache mehr komischerweise dieser scheiß Zeppelin dort oben aber hey wir haben immer einen Fandler-Satz hier na hier hinten tschüss muss noch mehr oh nein machen wir es so das ist blöd hier oben irgendwie finde ich ich glaube ich geh wieder runter auch der Triumph ist jedenfalls eine coole Bude hier um Leute zu erschießen so stirbst jetzt bald mal da unten naja verschwinde lieber wieder wo ist sie da alles gern hier erstmal ist mir das mit den Zeppelin hier viel zu blöd hier unten ich hoffe die haben wir hinten noch nicht ganz verloren weil ansonsten hab ich jetzt ein Problem oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott hier rein ich kämpfe für die Freiheit oh nein oh nein oh nein oh nein ich muss jetzt ganz schnell erstmal ein bisschen Munition sammeln hier sehr schön danke 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 die können wir alle mit Panzerfäusten hier das ist teilweise nervig und rukeln tut es wie Sau sorry aber so kann man nicht spielen muss mal wieder reingehen weil ich sterbe gleich wieder ja ja das war der Savoteur so das was wir um eine Eignung her ich sterbe jetzt nicht her wenn ich noch 1 2 Kills machen muss ich das wär echt dumm so ja hoho sehr schön dann abpfeifen hier danke oh coole Sache so oh nein coole Sache einmal was noch da hier ein Gott sei Dank jetzt haben wir es geschafft ah das war schon eine scheiß Mist oh coole coole Sache den Kaiser den tun wir jetzt gleich mal den bringe ich auf alle Fälle in meine Garage wo ist Margot hier oh der lenkt ja richtig oh wo ist denn der Margot's Garage wurde auch gleich hier um der Ecke coole Sache ja die stehen überall noch Nazis rum oder Nazi Bastard ich glaube da hinten geht es lang den sammle ich jetzt ein ja das ist bestimmt cool wie ein schönes Panzermobil ja schön blöd den ich den jetzt nicht mitnehmen würde das war nicht all zu schnell aber ja das ist eine wirklich gute Panzerung den kriegst du aber ich denke ich krieg so blöd mit meiner Panzerfahle ist tot das war klar das war klar das war klar cool und du war hier, du war hier, du war hier, du war hier so ja, wir machen erstmal Schluss für heute mit der Saboteur nächstes Mal geht weiter schau doch, Lef für das Lef für das, Lef für das 2 an Riesen wird das hoffentlich nächste Woche ich hoffe, mir die grafen wird, ich bezeihe mit dem oder er geht es noch mit Riesenmider ja die drei Spiele und ja, nächstes Mal seid dabei wieder bei der Saboteur und tschüss